ja moin freunde hier ist wieder Sprengkraft im Monat mit einem neuen Video und heute habe ich für euch eine kleine Vorstellung und zwar den Komet Silvester Countdown Kalender mit 8 knisternden Tagen zwischen Weihnachten und Silvester von außen sieht er eigentlich cool gestaltet aus ist ja den gibt es ja noch nicht so ganz so lang gibt es erst seit 2011 sind 80 Teile vorhanden hier oben steht der Preis 7 Euro hat das gekostet das Teil und gucken wir gerade mal was der Inhalt ist natürlich sind wieder Punkin Dancer 50 Stück drin 3 dicke Pumma 2 mal Feuer Drachen 10 mal Superknallerbsen 4 Party Knaller 8 Blitz und Donner 5 Kobold Kreisel 3 Mini Power Vesuv ja die 80 Teile sind natürlich die Pumpkin Dancer und die Superknallerbsen dienen als Auffüller ja Komet macht sich dann natürlich schon ein bisschen ja ja wie soll man sagen die machen damit noch mal ein bisschen aufmerksam auf ihren Betrieb oder Firma wie man es nennen mag so das Teil ist eigentlich ja schön aufgebaut eigentlich wie ein normaler Adventskalender hier mit dem Typ hier drauf steht auch noch in der Sprechblase nur für coole Kids ja dahinter ist eine Rakete noch die gerade am Starten ist ja auch schönes Design hat er vor allen Dingen Komet ist ja so einer so eine Firma die immer auf Design und so ein bisschen so achtet machen natürlich auch andere Firmen aber natürlich ist es ja erst der Kalender natürlich und so was kann man noch dazu sagen das war es eigentlich erst mal so mit der Vorstellung natürlich ab dem 24. gilt es und es geht bis zum 31. und jedes Türchen bekommt ihr dann ein Video was drin war bzw. werdet ihr mitbekommen was drin ist und das wird dann anschließend noch gezündet ich denke mal hier sind diese Drachen diese Feuertrachen oder wie hießen sie äh genau Feuertrachen sind hier drin die zwei Stück ist ein ziemlich langes Fach ist das ja bei den anderen weiß ich es jetzt leider nicht bei der 31 könnte jetzt und Donut und dann weiß ich aber nicht ja werden wir alles sehen lasst euch überreichen also ähm ist sehr zu empfehlen der Countdown Kalender also wer noch Bock hat schnell zu Rossmann 7 Euro für den Kalender also ist schon drin gut dann bedanke ich mich wie immer fürs zusehen und ja danke und bis bald